Ich habe auch so Fetzen auf meinem Handy. Das kommt immer abends, wenn man nicht schlafen kann. Dann schreibt man ab und zu mal seine Notizen voll. Früher konnte ich auch schreiben wie ein Wasserfall, Wort um Wort, Satz um Satz, nicht mal nachgedacht. Ich schrieb, was mir durch den Kopf schoss, mein Hirn verließ und genau in der Mitte mein Herz traf. Aber heute, während manche abends ihr Handy laden, kommen meine Gedanken nicht mehr zum Halten. Einmal angestoßen, hört es nicht mehr auf, Schritt um Schritt ein unendlicher Lauf. Und morgens, wenn die Sonne die Erde trifft, mein Auge sich dann endlich schließt, liest du endlich wieder seit langem einen Text, den ich für dich begann. Eingerostet sind die Metaphern nicht zu verstehen so leicht. Aber eins wollte ich nochmal sagen, du bist mein Leben, mein Königreich.